Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei Ihrem Film. Vorab gestatten Sie uns eine Vorschau auf das Kino-Highlight im Herbst 2010, Maos letzter Tänzer. Die wahre Geschichte von Lee Sun-Sin. Er betrat eine ihm völlig unbekannte Welt. Du musst frei sein, um fliegen zu können. Nach dem internationalen Bestseller, der Autobiografie des weltberühmten Balletttänzers Lee Sun-Sin. Maos letzter Tänzer. Ab Herbst 2010 im Kino.